Die Modewochen der Frankenposts. Vom 15. September bis zum 15. Oktober. Die Frankenpost-Modewochen werden unterstützt von der Spielbank Bad Steben und der Autohausgruppe Doronik. Freuen Sie sich auf tolle Aktionen der teilnehmenden Modehäuser. Die Modewochen der Frankenposts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Kotschke, ich bin Geschäftsführer von Frankwalder und Tutsi. Als Familienunternehmen in der dritten Generation mit Sitz in Münchberg, Oberfranken, designen und produzieren wir mit sehr viel Liebe zum Detail Damenmode für die Frau, die Wert legt auf Qualität, Nachhaltigkeit und auf eine optimale Passform. Heute wollen wir Sie in unserem Münchberger Outlet einen exklusiven Eindruck geben über die aktuelle Herbst-Winter-Kollektion. Sie werden im Anschluss drei Outfits sehen von Frankwalder und drei Outfits von Tutsi. Und wir bedanken uns an dieser Stelle für die Ausrichtung und die Organisation bei der Frankenpost. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ansehen der aktuellen Trends. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ansehen. 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 Ansehen.